Prozent und die Fortgemacht das ist das Spiel ist ein Mauer und jetzt wird es Zeit das mal ein erledigen oder im V Rohr Rohrleck mit Omo schon Olo Vertraue Masson Büschung Ich sag's dir, das machst du nur einmal. Ich sag's nicht, das Ritter. Hey, die sind ja noch nicht mal alle auf Zeit 3. Das ist gut. Wohl wahr. War dein, deiner, oder? Hm. Ja, korrekt. Ja. Die geht mir so auf die Nerven, sag ich dir jetzt grad. Hey, der Holz ist saubillig, gell? Hast du schon mal versucht zu kaufen? Ne. Ich sag's dir. Boah, ich echt... 31. Das Minimum, es geht... Ah, Hilfe! Ja, jetzt aber, weil ich was gekauft hab. Ja, Arschloch. Hilfe! Der macht mich platt. Mach dich platt. Doch, schau's dir doch an. Ja, 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 ja. Geh ruhig, komm ja schon. Meine Herren. Was? Halt mal die Luft an, oder? Genau. Ich bin blockiert. Ich bin blockiert. Ich sag's dir. Wenn sie so weh tut. So bescheuert. Ah ja? Ja. Bescheuert? Tut vielleicht weh? Ja? Ich versteh nicht ganz. Hm. Warum ich eigentlich so wenig Rohstoffe bekomme manchmal, ja? Da hast du schon 24 Leute aufgehalten. Es geht so langsam hoch. Ich versteh nicht mal warum. Da noch, da noch, unten. Ah! Oh, jetzt kommen die aber auch alle da draußen hin. Deppi. Du musst auch einfach machen. Was? Ich mach ja schon. Es geht aber nicht. Also, meine Armee ist weg. Hm, jetzt hört die einfach. Wie soll ich denn da jetzt auch was machen? Äh, ausbilden. Ich kann ja nicht! Weil ich doch dauernd unter Goldmangel leide. Ich weiß ja auch nicht warum. Hilfe! Der Moritz ist uns aber auch nervig. Die machen schon wieder Platz. Das kann doch nicht angehen. Ah, wie macht der denn das? Ich glaube, ich spinne. Oh, très bien. À la taaake! Der wieder auf meine Siedler schuckt, die Schlampe. Und immer sie. Wenn ich irgendwo jemanden sehe, der auf meine Siedler geht, ist das sie. Hey, der ist ja durch bei mir. Ja, da ist er doch drin. Ja, da ist er doch drin. Los, bild was aus. Ja, ich bild ja schon aus. Und wieder sie, die auf meine Siedler geht. Aber das haben wir schon wieder verloren, weißt? Na, nicht unbedingt. Dauernd, ich krieg einfach kein Gold zusammen und auch kein Futter. Da ist auch noch kein Holz, ja. Ah, da bist du ja wieder. Gut. Weiter. Jetzt ist er durch. Toll, jetzt ist er durch. Jetzt ist er durch. Ah. Bist du denn? Ich komm, ja. Glück, dass die doof sind. Jetzt habe ich doch auch schon eine Fabrik auf Gold und trotzdem kriege ich noch fast kein Gold. Der stimmt doch irgendwas nicht. Der macht mich ja kaputt. Ja. Gottverdammt, ihr gottverdammten Arschlöcher. Ist doch wahr. Geht auch noch. Ja, ach. Jetzt kommt der auch noch. Ach. Und schon wieder. Der Moritz. Die nerven allesamt. Aber das ist erstmal abgehört. Rechts drauf und laden. Aha, jetzt kommt Söleman schon wieder an. Söleman schon wieder an. Was? Haben wir heute hier so einen philosophischen Tag, oder was? Das war Zufall. Hallo. Geht's! Votre Ordre! A la attacke! Votre Ordre? Prêt? Oui! Halt's Maul, du bist auch nicht größer! So! Das war als erstes. Très bien! Jetzt hau ich... jetzt scheiß ich zurück. Machen wir lieber die Mauer zu. Halt's Maul! Was denn? Das ist so... J'ai repris des forces. Votre Ordre? Bin ja schon dabei mit der Mauer, Mensch. Ja! Oh, diese blöde Kuh, ey. Die geht mir so auf die Nerven. Was sagst du? Votre Ordre? Habe ich nicht gesagt, du sollst noch ein Haus bauen? Gut. Prêt! Oui! Je le ferai! Der hat mir einen Haufen getötet an Siedlern, diese Drecksau. Ach ne, jetzt kommt der schon wieder da! Das nervt! Wo? Unten. Ah! So krieg ich den nie Platz! Sammel dich erst mal. Ja, das hab ich jetzt auch vor. Ist ja gut. Nur jetzt hab ich... jetzt hab ich wieder fast gar nix an... äh... Zeug! Keine Rohstoffe mehr! Null! Ich bin getötet! Ich bin getötet! Ich bin getötet! Ich kann nicht mehr walken! Ich bin getötet! Ja, 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 ja. Ich bin super gut, Miodon. Oh nein! Ja, ja, Hauptsache mit so Scheiß-Pekinieren ankommen. Oh, nein. Uiuiui. Nöö, jetzt kommt der schon wieder so, Hilfe. Ich bin gleich da. Ach man, warum musst du so viele helle Bandiere haben? Du hast doch gar keine Kapillerie. Ja, aber du, das ist es ja. Ja, aber der kommt doch bei dir an. Warum musst du da, um, steht irgendwo da drauf. Ja, ja, da ist er wieder, der Bug. Wieso, was für ein Bug? Ach so, es wird einmal angeschossen, du hast die zwei repariert, aber dann hat es wieder so wenig Leben. So, jetzt werde ich nicht mehr angreifen, ich sammle mich. Oder greif mal an, oder greif mal an. Komm, jawohl, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut, das muss rechts sein. Ja. Ähm. Was? Was denn? Hab ich was gesagt? Ups, hab ich was Falsches gesagt? Hihi. Was, wieso greift ihr mich da oben an? Ich glaube, ich spinn. Ich glaube, mein Schwein greift. So, ein Bruder. So. Schaut's doch wieder ganz gut aus, oder? Ja, der greift mich hier da oben an. Ah! Ich renne hin. Was, nee? Nee, 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 nee. Oh, rot kommt auch. Oh, dann geh ich wieder weg. Komm, mach du dich um Türkis, ich mach rot. Gute Idee. Ich mach'n rot. Ich mach'n rot. Ja, der Boden wird rot. In der Fall. Theoretisch. Geht gut weg. Ach, komm. Ach, jetzt können wir wieder angreifen. Ja, gleich. Oder soll ich kommen? Nee, ich greif an, oder? Ja, greif an. Und das schaffst du ja, oder? Ja, ja, das schaff ich schon. Ach, pfff. Auf geht's! Ja, ja, ja. Muss der wieder mit seinen Scheiß Thier rückkommen, die nervt mich sowas von, ich werde gleich wahnsinnig. Na, du wirst er heute wieder ab. Ist doch wahr, ey. So, heh heh. Jetzt kann ich... Jetzt fick ich dich wie sonst was. Wobei ich's auch aber noch... Dieser scheiß Falkonette immer... ...macht sie weg. Und wieso ist der überhaupt noch ein Schirurg? Ich dachte, das Ding ist kaputt. So, die Eiste ist gleich kaputt. Und dann, Stück für Stück, nehm ich die auseinander. Und es wird mir Spaß machen. Mhm. Stimmt doch. Dann musst du sie zusammenfalten. Ja, aber hallo. Ich nehm dich auseinander wie sonst was. So, endlich mal am Gegner dran. Äh, bei dir geht's, oder? Ja, ja, das geht schon. Weil dann mach ich die schnell platt. Jetzt kann ich sie mir endlich. Supi. Ha, 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 ja. Schau mal her. Das tut mir ne Seele gut. Ha, ha, ha. Ja, ja. Das war ein richtiges Verlangen danach, hier die zu zerlegen. Ja, ich bin auch so schlauer. Mann, 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 Mann. Ach, du bist schon Zeit 5. Joa, schon länger. Du Lappen, du. Ich bin schon Zeit 6. Genau. Sicky. Ja, Revolution, stimmt's. In Watchies. Im Klo. Ist es auch Zeit 5. Nee, ist es Zeit 6. Hm, hm. Sehr gut. Ja, aber nach 4 machst du's. In Attack! Nee, du kannst ab... Ah, glaube ich. 2 machen, glaube ich, oder? Hallo. Revolution kannst du doch schon ab Stufe 2... Äh, pff. Ja, 4. Echt? Hm. Betrug. Du, echt, du. Hör mal. Mölven. Plop. Ha, ha, ha. Verarscht. Oh, halt, 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 halt. Oh, mit mir ist, jetzt hat mich diese, diese... Der Heinrich, der Seepferdchenfahrer, weißt? Der hat mich... Der hat mich wieder... Krank gehindert, sie einzunehmen. Die schwule Sau. Ich glaube, ich weiß, wo das Problem ist, warum wir zwar gute Einheiten haben, und trotzdem mal sofort verlieren. Weißt auch, warum. Weil, würde man sagen, auf die rein, und dann gehen sie alle mal auf den, und die, die um mit denen rumstehen, die halten sie davon auf. Weißt, dass sie dann erstmal hingehen, und dabei werden sie immer erstmal alle zur Hälfte von dem schon mal runtergenudelt. Ja. So, jetzt hab ich wieder 30. So. Okay, gern. Okay, gern. Wo kam das solche Kies erstellt? So. Jetzt fick ich dich wieder. Wie kommst schon du hier rein? Lila? Oh, das ist nicht gut. Ja, wie kommt der bitte da hin? Das... Ich würde es nicht... Ich mach dich platt, ich zerleg dich wie sonst was. Jetzt wird er tranchiert. Was? Jetzt wird er tranchiert. Ich zerleg ihn einfach, dir reiß ich den Arsch auf. Das muss ja das Popöschen ausreißen. Annalverkehr bis zum Anschlag. Ah, komm. Jetzt wird er wieder sein müssen. Natürlich. Mit Arsch aufreißen. Was denn sonst? Ja. Der Mann. Oh, hat's mir wieder hingelegt. Oh, kommt der Rode wieder. Der geht mir auf die Nerven. Sein scheiß Falkunetten. Hat der immer so viel von. Hehehe, die Elisabeth ist weg. Schaffst du es da bei dir oder nicht? Ja, ja. Echt? Weil das schaut ja nicht so gut aus. Doch, doch. Das geht schon. Wenn die endlich mal die Kanonen wegmachen. Ich weiß, welchen Reichtum ein Handelsposten einbringen kann. Deshalb konnte ich nicht zulassen, dass du ihn noch lenken behältst. So. Jetzt habe ich auch wieder schön viel an Bevölkerung. Das gefällt mir. Haha. Ich gebe mich geschlagen. So, 49 Doppelsölner. So, was fehlt mir noch? Ah, ja. Zwei Stelle. Oh, nein! Hehehe. Ich habe mit meinen Minutemen, die nur noch ein Leben haben, ein paar... äh, solche russischen Bogenreiter getötet. Ich habe mit meinen Minutemen, die drei sind noch übrig. Okay, der Elisabeth habe ich... ...habe ich es besorgt. So. Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Ne, mein liegt ja noch. Wie? Jetzt haben wir sie geknackt. Oh, Mann! Wie kommen die die ganze Zeit da oben rein? Kann wohl nicht angehen. Vielleicht über Fluss? Über Boote? Oh, 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 oh! Nichts gut. Ich glaube, meine Doppelsoldier-Armee ist da oben weg. Schade. Die ist gerade so schön gelaufen. Ja, voll in den Reihen. Oh, doch nicht weg. Tja, sehr. Gut, weil der Depp auch mit Pferden kommen muss. Da, wo ist jetzt der Rote? Scheiße, jetzt ist er weg. Da waren sie nur noch. Ich werde ihn machen. Ja. 118. Bevölkerung. Ja. Präzis. Ich bin verletzt. Nein! Ich will nicht fliegen! Charge! Guten Tag! Ich werde es machen. Ja. Sehr gut. Büchon. Dieses Gebäude war mir ein Dorn im Alter. Daher habe ich es zerstört. Okay, dann... Naja gut, ich meine 8,51 Minuten. Haben wir? Dann machen wir mal hinne. Lass mal sie jetzt mal aufgeben, wenn sie wollen. Ja, lassen wir sie aufgeben. Ich habe eh, glaube ich, schon gleich volle... Ja, rot DEP habe ich eh schon. Ja, ich auch. Oh, er ist zu 27. Was? Zu Stufe 27. Ich habe zu 24 nur. Ui... Ui... Hat der jetzt schon wieder mal ein anderes Boston kaputt gemacht. Ist mir aber unnett. Aber wie schon? Der hat ein anderes Boston? Ja, da kann ich nichts machen. Ja, wieso nicht? Stehst doch da. Ui... Ui... Spione sind auch teuer. Was? Spione ist? Teuer. 30.000. So. Maschinen laufen gut. Ich soll jetzt mal aufgeben, ich habe keine Lust mehr. Ja. Los, wegmachen hier. Ja. 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 Von das ist rot. Wo ist das rot? Ich habe rot gefunden. Hey, dann echt viel Kammerle. Und Valkonette und Hilvardiere. Tolle. Tolle Mischer. Was ist? Ach ja, trotzdem, das schaffst du trotzdem. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaub, da haben wir... ...was nicht so schön ist grad. Guck mal, der Sylzman. Mit seinen Scheiß... Du weißt schon, brauchst du mal ein bisschen. Ja, ja. Was machen denn meine ganzen Siedlerwägen da? Ach so. Gleich haben wir das Problem nicht mehr. Nee, 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 nee. Votre ordre? Mhm. Très bien. So. Je le ferai. Très. Votre ordre? Oui. À l'Attaque! Votre ordre? Ach, 49 Doppelsöldner frisst das. Du wolltest nicht vielleicht wieder aufgeben? Okay. Ja, eigentlich. Masson. Masson. Bûchon. Oui. Prêt. Ah! Oui! Oui! So. Bonjour. Votre ordre? Bûchon. Weg ist er. Bûchon. Der gelbe zumindest. Aber wir können nicht mehr aufgeben. Es war mir noch ein Herzenswunsch, dem sein letztes Gebäude zu zerstören. Auch wenn sie schon weg ist. Wieso müssen die nur so langsam laufen? Ich hasse sie. Hm. Was? Na, mal sehen. Scheiße, wer denn jetzt? Hm? Hm? Jetzt kommt, gebt's auf. Ich will euch fertig machen. Ich will gewinnen. Ich brauche den Erfolg. Sofort. Ich würde den so gern anbieten, aufzugehen. Ja, das geht ja nicht. Ja, eben. Deswegen würde ich sehr gern. Wenn man zum Beispiel eine Kapitalisation ablehnt und dann keinen Bock mehr hat, dann... Ja, genau. Dann darf man ewig suchen. Ja, eben. Ich biete dir meine Niederleiter. Hm. So, fehlt noch Lila und Silly. Zu Silly gehe ich jetzt. Was kosten jetzt noch Spione? Hm. Immer noch teuer. You are 50.000. You are 50.000. You are 50.000. So, what? Goto. Ooh. Yeah. Kyiv. You are 51.000. Wie? Here. Im stars.